Heute sind wir hier in Zürich und verpacken den Solar-LKW vom Peak Evolution Team. Wir unterstützen das ganze Projekt als offizieller Logistikpartner, weil wir einfach der Meinung sind, dass man nur gemeinsam einen Schritt weiterkommt, wenn es um die Zukunft der Mobilität geht. Das ist natürlich ein sehr außergewöhnliches Projekt, da braucht man dann auch eine außergewöhnliche Logistiklösung. Aber wir haben die nötige Erfahrung und wir haben auch ein gutes Netzwerk in Südamerika. Und deshalb freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit dem Gebrüder Weiß Peak Evolution Team diesen Solar-LKW jetzt testen können. Und dann heißt es für uns eigentlich nur noch Daumen drücken für das Team in Chile, damit sie den Weltrekord auch schaffen.